Mein Name ist Martin Kästner. Ich bin Sportwissenschaftler und Personal Coach aus Leidenschaft. Ich möchte Menschen dafür inspirieren, sich mehr zu bewegen, gesünder zu bewegen und sie auf ihrem Weg zu ihrem Ziel dauerhaft begleiten. Beim Personal Training ist eine vertrauensvolle Basis wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert, aber auch persönliche Dinge erzählen kann. Ebenfalls wichtig, dass der Kunde Ehrgeiz mitbringt, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen und Disziplin. Gesundheit ist für mich das höchste Gut, was ein Mensch hat. Erst wenn man krank ist, merkt man, was es heißt, gesund zu sein. Und Fitness soll nicht für den Moment stattfinden, sondern du möchtest fit für dein Leben werden. Du möchtest gesund und möglichst stark alt werden. Durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse versuche ich neues Wissen und neue Erfahrungen in mein Training einfließen zu lassen und an meine Kunden weiterzugeben. Dadurch ist das Training abwechslungsreich, aber auch gleichzeitig fordernd. Die Vorteile von Personal Training sind, du bekommst ein effektives, zeitsparendes und individuell auf dich abgestimmtes Training. Dabei nehme ich auf deinen aktuellen Fitnesszustand Bezug und schaue, dass wir an deiner Bewegung, deiner Ernährung und neuen Verhaltensweisen arbeiten. Sei offen für Neues, lass dich von mir inspirieren, so dass wir verschiedene Sichtweisen ins Training mit einfließen lassen können. Wertvolles gehört den Expertenhändlern. Das gilt auch für deinen Körper.